Du da, mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwittiges Tier. Willkommen zurück zu einer weitenden Ausgabe von Overwatch 2, dem Halloween-Event. Ja, die Exoten starben immer zuerst. Habt ihr schon Angst? Ja, habt ihr schon Angst? Sehr gut. Es wird gleich noch etwas gruseliger. Oh, wir haben die Belohnung freigeschaltet. Medikit. Noch ein Belohnung. Ah, Jörg, Knarren. Ist das vielleicht ein Skin? Könnte von Reaper gewesen sein. Wir gucken mal. Könnte. Verdammt, der hat sich wirklich noch nicht gehabt. Sieht ganz schick aus, nehme ich. So, und wir werden uns natürlich den neuen Spielmodus stürzen, den wir jetzt freigestellt haben. Nur für kurze Zeit. So. Und hier kommt uns einer abholen, ja? Ich bin immer sehr gespannt. Ich habe ja Junkensteins Braut. Ich kenne nur das normale Junkenstein, aber Junkensteins Braut kenne ich halt noch nicht. Ähm, ja mal sehen, welche Charaktere wir überhaupt spielen. Wird mich hier wirklich brennend interessieren. Weil ich sag mal so, äh, was? Ich habe gerade, äh, nichts zu unterbrauchen. Ah, oh Leute, nicht euer Ernst. Das ist scheiße, es gibt wieder hier Probleme. Ja, und... Ey, kennt ihr das? Ich wollte einfach nur zocken und dann gibt es Serverprobleme. Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen, ey. Ich dachte mir, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen, Ruhe, ein bisschen zocken und ein bisschen abschalten, aber ich sehe schon, das ist mir halt nicht vergönnt. Schade. Es ist noch nicht lange her, da töteten vier Helden die verrückten Dr. Jankenstein und retteten den Burggrafen. Heute Nacht in von Somnix heimbesuchten Straßen unter dem Licht des Vollmonds müssen sich vier weitere Heldinnen einer neuen Gefahr stellen. Sie werden den Zorn der Braum auf sie ziehen. Sympathisch, okay. Wir haben das Gefühl, die Barrikade stürmen. Da muss ich es oben gucken, ich kenne es hier noch gar nicht, es ist hier. Knack, knack. Ja, sieht ziemlich groß aus, der Bursche. Hier, schick mal ein Messer. Ach ja, Alawakbar, das ist ja gefährlich hier. Hm, das sind doch viele. Bäm, bäm. Ich könnte es nur für brauchen. Danke. Bäm, stopp du scheiß Ding. Oh, hoppla. Ja, ja, danke. Ja, da können wir halt nicht raus. Okay, gut, wir müssen zusammenbleiben. Wir müssen zusammenbleiben. Viecher gesichtet. Noch mehr Viecher gesichtet. Sehr gut. Ja, das ist der erste Punkt. Hier draußen halten wir nicht lange durch. Gehen wir rein und finden mehr heraus. Ach, scheiße. Wie viel sind wir denn wieder? Wenn sie sterben, wenn ich die Kadaver habe. Ein Thema sieht, muss realisiert werden. Ja, ja, warte mal. Hier. Ab dich. Ich schulde dir was. Unter meinem Schutz. So, weiter geht's. Kann jemand mal diesen Krach abstellen? Verschließt eure Türen. Die Burg ist gefallen. Betreten auf eigene Gefahr. Diese Botschaften. Ich hoffe, alle sind in Sicherheit. Weiß jemand, was hier vor sich geht? Ich wette, diese Zomnix haben irgendwas mit dem Burggrafen zu schaffen. Und sicher auch Dr. Junkenstein. Worauf warten wir noch? Machen wir uns auf zur Burg und hacken diesen Doktor in Stücke. Das klingt nach einer vernünftigen Idee. Machen wir so. Hier kommt die einzig wahre Junker Queen. Aus dem Weg, diese Fight Machine. Sie mit einem unheilverkündenden Heulen und Trosten. Hey, diese Zomnots machen mir keine Angst. Sterbt. Wenn du glaubst, ich drehe mich um, damit du mich umlegen und meine Leiche verzögern kannst. Hast du dich geschnitten? Boah, scheiße. So, auf geht's. Ja, ich bin ganz ein bisschen erwischt. Ich hätte zwar überleben. Das Tor ist zu. Ohne Schlüssel kommen wir nicht in die Burg. Ich sehe, dass er sich irgendwo in der Stadt befindet. Dann schauen wir mal nach. Da lang? Okay, keine Ahnung. Hey, ich war noch nie. Ich weiß nicht, wie es lang geht. Zeit für Detektivarbeit. Dann machen wir doch Detektivarbeit, komm. Scheint nicht ganz zu funktionieren, wie gesagt. Ah! Dann ging auf einmal die Tür auf. Hm. Das zieht mir nach dem Schiff aus. Guck mal, ja. Oder auch nicht. Nee. Fußkuchen. Ein böses Omen. Wir haben eine Herausforderung abgeschlossen. Fragt sich nur welche. Boah! Boah! Das war Sombra. Machen wir fertig, komm. Oh, scheiß hinter uns. Stirb! Die kriege ich! Bäm! Musik, da ist sie. Ja, wo ist die Klaume, hä? Da! Immer ran da mit dem Messer hier. Sehr immer erwischt. Als der Wind die Überreste der Banshee vor uns trug, ertönte eine gespenstische Stimme in den Köpfen der Heldinnen. Ich hatte mehr von meiner Banshee-Freundin erwartet. Hey! Wer plapperte an meinem Kopf? Tut euch selbst einen Gefallen. Haltet euch von der Burg fern. Wir haben wohl die Schuldige gefunden. Jetzt müssen wir sie nur noch aufhalten. Angst. Gut, öffnen wir das Böding. Los! Ich drück schon, ich drück schon. Hier, gucke. Die Burg sollte da oben sein. Hat noch jemand das Gefühl, beobachtet zu werden? Ja, und ich mag's nicht sonderlich. Wenn man mich anstarrt. Schade. Kommt was! Über uns! Au, scheiße. Hoch oben auf den Wellen zerbreiterten die Gargoyles ihre Gefängnisse. Wir stürzen sich auf die Heldinnen herab. Nicht gut. Die Gargoyles sehen aus wie Winston, ne? Bam, bam, bam. Bam. Pua, Messer rein. Und zurück damit, genau. Bam, bam, bam. Scheiße. Hier, schlüpfe mein Messer. Den zerfetzt ich jetzt. Bam. Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Du stirbst. Du stirbst, dann durch meine Akte. Hab dich wiederbelebt, Mann. Ich hab dich wiederbelebt. Jetzt kämpfe. Bam. Ah, scheiße, ich lieb grad selber. Alter, verkackst nicht. Ich belebe uns wieder alle wieder, ja? Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Die seltsame Stimme sprach erneut. Quittet, Mensch, wir machten sowas. Gerade, wo es spannend wird, wisst ihr? Hier sollte irgendwo ein Hebel sein, der den Geheimgang öffnet. Will ich wissen, woher du davon weißt? Es gibt kein Gefängnis, das mich dauerhaft einsperren kann. Und jetzt zieht. Bist du ein Hebel? Bist du ein Hebel? In den Tiefen des Gewölmes verfielen die Heldinnen dem hypnotischen Blick der Nette. Fühlt sich mehr wie ein verdammter Albtraum an! Okay, ach, da, da. Bäh. Echo ist die Marionette. Boah, Leute, wir haben keinen Heiler mehr, der uns heilen kann. Ja, das ist scheiße in der Heiler-Rage-Quizit, wisst ihr? So, bleib liegen. Das muss halt alle gegenseitig wieder beleben, ey. Bam! 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 Boah, da brauch ich mal Hilfe war, ich bin... Wenn du mir ein Verbrechen anhängen willst, die Schnüfflerin! So. Bam! Obwohl der Albtraum der Marionette ausgeträumt war, verfolgte die Braut die Heldinnen noch immer. Ich hatte gehofft, ihr würdet nicht aufwachen. Was hast du mit dem Burggrafen angestellt? Ich habe Pläne für ihn. Und jetzt habe ich... Boah, scheiße! Aus meiner Laune des Schicksals, uns bewachte die Beschwörerin nun das Burgtor. Ach, du Scheiße! Wenn du das sagst... Bam! Erlebt die Wahrheit der Realität! Ich habe dich gleich, ich habe dich gleich. Hier! Wer soll deinen Mord aufkehren, wenn du stirbst? Genau! Oh, es sind zu viele! Wir haben keinen Scheiß-Medic mehr, das ist doch blöd! Hab dich, hab dich, hab dich! Ihr überlebt, sehr gut! Scheiße! Scheiße! Bin down, bin down! Ja, toll, warum? Muss aber auch unser Medic-Rage-Crit, ne? Kann mir das mal jemand sagen? Ah, ich bin dabei! Lebe! Bäm, bäm! Das war Bob! Okay, sehr gut! Wow! Nein, nein, nein! Nicht sterben, Alter! Oh Gott! Ja, wir haben halt kein Medic! Leute, ich brauche Hilfe! Leute! Leute, ich brauche hier mal ganz dringend Hilfe! Äh, ich sterbe hier gleich! Danke! Das ist doch natürlich nicht! Habt ihr, ich hab dich, ich hab dich, hab dich! Ja! Ja, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich! Wir kriegen das hin! Wir kriegen das hin! Ich bin bei euch! Ja! Komm schon! Bäm! Mach mal, komm! Angst! Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall aufteilen, diesen Geisterschloss. Das ist immer eine gute Idee! Oh, da seid ihr ja endlich! Ah, der Fliegel-Orländer! Ach, du Scheiße! Soll ich mich mit denen aufnehmen? Mir geht's zum Leere, Kling! Ich hab nicht spukt! Schon mal eine gesehen, wo es nicht spukt, bleibt konzentriert! Dieser Geist könnte jeden Moment zurückkehren! Bah, Penner! Oh, ich hab's gefunden! Ein Bonfire, cool! Bah! Dein Verbrechen war es, dich mit mir anzulegen! Warte, da ist jemand down, da ist jemand down! Ich bin auch down, ich bin auch down! Hier sind alle drei down, äh, cool! Und wo ist unser Medic? Great quittet, sehr schön, danke! So! Lauft, 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 lauft! Wow, Scheiße! Oh, oh! Das Experiment! Weg da, Deckung! Oh, was schäßt die von dann? Habt dich, habt dich, habt dich! Boah! Reloading! Wahrscheinlich! Ist sie mit dem Doktor verheiratet? Oder dem Monster? Das ist jetzt wirklich nicht wichtig! Tch, sagst du! Wow, fuck! Lebe, 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 lebe! Du lebst auch wieder! Stopp! Damn! Schlüssel! Seht euch das an! Die Braut hat Jankenstein selbst nach seinem Tod noch vergöttert. Und jetzt ist sie wieder dort, wo alles endete. Ja. Um seine Arbeit zu beenden. Wofür? Wofür wohl? Rache! Wir müssen den Grafen finden. Schnell! Na gut, Tinder. Oh, ich bin kurz vorm Abnüppeln, Alter. Oh, Gott. Dass er jetzt tankt, das ist natürlich gar nicht mal so gut. Warum bei uns der Medic fehlt? Ich will eine Kettensäge. Boah, Penner! Hallo, ich blute! Boah, ihr Penner! Aber richtig hart! So, jetzt mal die Tür öffnen, so. Gebt mir mal schön Deckung. Ja, schön Deckung geben. So. Reinhold? Das ist der Burgdraf. Beeilung! Im Tontal fanden die Heldinnen den Fürsten vor, der an einem Operationstisch gefesselt und den Launen von der Schweizer Braut ausgeliefert war. Ja, das ist der Burgdraf. Ja, das ist der Burgdraf. Die Braut wollte raten für ihren gefallenen Schöpfer. Sie wird den Fürsten in ein abscheuliches Unterräuber verwandeln. Sollten es die Heldinnen nicht schaffen, sie aufzuhalten. Wir müssen sie stoppen, ganz dringend. Wir müssen sie ganz dringend stoppen. Hab dich, du blödes Ding, du. Bam! Oh, was ist das da oben? Das holen wir uns mal. Was ist das bei diesem Himmel? Hey! Huah! Scheiße, ich liege auch. Ja, jetzt verrecken wir alle beim Bosskampf. Sehr gut. Ah ne, warte, eine lebt noch. Cool. Danke. Ey, ich, ich, ich liege noch. Hallo, ich liege noch, ich liege noch. Danke. Wenn der Medic Rage quittet, ich sag's nur, ne? Wenn du das sagst. Wie wär's mit Mord? Mord ist ja Hobby. Ich hoffe es. Schade. Ah, Eier. Auf die Plaume, auf die Plaume. Macht sie zu muß, die Plaume. Ja, warte, ich bin hier. Dein Kopf bringt mir nicht viel. Hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Boah! Leute, ey. Nicht alle wegsterben, nicht alle wegsterben hier. Auf die Plaume. Danke. Sind zu viele, sind zu viele da. Ja. Ja. Hab dich. Leute. Ja, ich komm mir hinfüllen, aufstehen gebrauchen. Danke. Nicht sterben. Verstanden? Wo ist die, Alter? Boah, scheiße. Boah, scheiße. Boah, scheiße. Da drüben. Ja, grad, wo ich meine Fehlkaraktiv um wollte, ne? Boah, ich bin zu jung, zu sterben. Ja, ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen. So ein bissl. Alter. Boah, ich hab dich, hab dich, hab dich, hab dich, bin sofort dabei. Boah, und ich bin da nichts mehr entliegt. Wir sind immer richtig scheiße ohne Medic, ne? Hätten wir mal einen Medic dabei. Hätten wir mal einen Medic, hm? Hallo. Ah, jetzt nur noch zu zweit. Cool. Ich will zurück in den Karten. Abwagern, lass los. So einfach, du tränzt dir meine Träne nicht. Du wirst doch singen. Geht auf. Halt, Achtung. Boah. Hallo, ich blute. Oh. Oh. Nur zu zweit ist das Kacke. Da. Ne, hab dich. Oh. 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 Komm schon auf die Alte. Die machen diese Pflaume zu muß. Alter, die Expressroute in die Hölle. Wir geben immer einer auf. Ich passe freiwillig. So Leute, wir spielen das mal gleich nochmal. Diesmal bin ich der Medic. Einfach, das ist ne Scheiße. Da ist der Medic als erstes die Rage quittet. Und dann der ganze Rest. Ist doch Scheiße, man ey. Das ist ähm. Weil solche Leute gibt es halt immer. So, ich nehme jetzt die Medic. Unsere Geschichte führt nach Adelsbrunn. So, gib mir Medic. Ach, der Medic ist bereits... Das ist scheiße. Die Gesetzlose, deren finstere Magie Adelsbrunn schon einmal geprägt hatte. Es ist noch nicht lange her, da töteten vier Helden die Verrückte. Das ist scheiße, wenn ich nicht der Medic bin, weißt du? Das beschissene ist halt, wenn der Medic wieder weg ist, können wir gleich wieder aufhören. Ich hoffe, der Medic bleibt. So, ich spiel's mal. Es geht noch mal, ja. Pumpe und dann nochmal Dynamit schmeißen, naja. So, wir müssen uns alle gemeinsam an einem selben Punkt treffen, oh. Boom. Oh yeah. Hallöchen. Bam. Bam. Schön andere Überlebende zu sehen. Hm. Hier draußen halten wir nicht lange durch. Gehen wir rein und finden mehr heraus. Was? Ja, Dynamit stirbt. Boah. Meine Seele soll nicht verdammt sein. Malik. Du brauchst noch etwas Hilfe. Ja, wir sind mehr Hilfe, wenn's bitte geht. So, wir gehen mal ins Radio. Bei dem Geplärer aus dem Radio kann man ja kaum denken. Die Burg ist gefallen. Betreten auf eigene Gefahr. Ja. Diese Botschaften. Ich hoffe, alle sind in Sicherheit. Weiß jemand, was hier vor sich geht? Ich wette, diese Zumnicks haben irgendwas mit dem Burggrafen zu schaffen. Und sicher auch Doktor Junkenstein. Worauf warten wir noch? Machen wir uns auf zur Burg und hacken diesen Doktor in Stücke. Das ist ein Wort. Das ist wirklich. Das ist wieder. Was ist denn das? Die engstirnigen Leute im Westen haben es nicht so mit Verschwörern. Wirklich. Und vielleicht habe ich auch das Gold an der Stadt verschwinden lassen. Zufrieden? Damn. Reloading. der medik hat das spiel verlassen ist doch scheiße man wieso neue warum verlässt der medic bitte das match warum also ich drehe gleich am apple ich war einfach nur die story spielen möchte einfach nur bis die story und ohne dass er der medic abhaut weil er ohne medic brauchen überhaupt nicht weiterspielen wissen was ich meine so ich bin jetzt der medic und keiner anderer komm schon beruhigte ich komme ich ruhig die frau es kommt schon ja auf ewig von der zukunft verfolgt so ich bin jetzt der medic und wer irgendjemand witz quittet dann bin ich mega sauer das springen wir es ist noch nicht lange her die verrückten doktor jankenstein und retten den burggrafen heute nacht in von somnix heimbesuchten straßen unter dem licht des vollmonds müssen sich war auf der lich king so die helden traten aus ihren verschlägen und offen in der sicherheit der taverne auf andere hände zu treffen damn also mein schaden ok stopp ja ich bin ja nicht der mit stil am team ich bin ja nur der medic hier warte ihr braucht jemand medizinische unterstützung hier wenn so geht alle geheilt wird alle geheilt denn so ich bin hier für heilung ihre auch heilen heilung 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 ja ja heilung ist dabei hier ich kann meine hauptverdächtige nicht verlieren ich schulde dir was so ja bei dem geplärer aus dem radio kann man ja kaum denken lass dich rein die burg ist gefallen betreten auf eigene gefahr diese botschaften ich hoffe alle sind in sicherheit weiß jemand was hier vor sich geht ich wette diese somnix haben irgendwas mit dem burggrafen zu schaffen und sicher auch dr jankenstein worauf warten wir noch machen wir uns auf zur burg und hacken diesen doktor in stücke das klingt nach einer fünftige d ja heilung heilung nicht sterben wenn du glaubst ich drehe mich um damit du mich umlegen und meine leiche verhökern kannst hast du dich geschnappt ich hab dich hab dich so na penner danke ja heilung für die die heilung benötigen klopp klopp wahrscheinlich ich weiß ja wohl da drüben oh nein hat sie nicht getan ich bin ja ich bin hier keine sorge lasst es mal die medic machen ja ich bin schon auf dem weg wenn ich bin ja ja nicht sterben ja jetzt muss keiner sterben hier muss keiner sterben hier muss keiner sterben leute melding in gefahr keine sorge bleibt jetzt alles in die europäne sorge ich hatte mehr von meinem kopf tut euch selbst einen gefallen haltet euch von der burg sonst wir haben wohl die schuldige gefunden jetzt müssen wir sie nur noch aufhalten klingt doch ein blatt kommt jetzt warum doch ich hoffe dass diesmal keine rage quittet alle sind noch dabei sehr gut die burg sollte da oben sein hat noch jemand das gefühl beobachtet zu werden ja ja ich und ich mag es nicht sonderlich wenn man mich anstarrt ich schon stürm auf den wäldern zerkmetterten die dargäuels ihre geflächte stürzen sich auf die heldinnen herab hua puh 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 hey putz packt all die welt allga die kriegt alle was habe von mir hier healung für alle die heilung benötigen ich bin bei dir boah scheisse hier hier wer hat wiederbelebt wird hier heilung heilung du hältst bitte durch jetzt bitte durch hier ja wenn im toten wicke bis keine kennen die dinge ja auch nicht helfen so noch da sehr gut charlie was da los um bewegst du dich nicht mann ich hab dich gerade geilt mensch ja 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 du wirst wiederbelebt so ja hier du wirst mich jetzt nicht abkratzen mir sterbt ihr heute nicht weg hier heilung für alle die heilung benötigen du bist nicht der doktor wer bist du eine trauernde witwe du bist jenkensteins braut ich habe diesen weg zur burg blockiert hier endet also eure geschichte ich glaube da gibt es einen anderen weg durch wie es den gibt hier sollte irgendwo ein hebel sein der den geheimgang ich will ich wissen woher in den tiefen des gehölbes verfielen die heldinnen dem hypnotischen blick der marionette oh nein die marionette ist das etwa ein traum fühlt sich mehr wie ein verdammter albtraum an wir werden alle geheilt keine sorge ihr heilen ich habe euch noch mal rennen hier der tank muss geil werden hier leute nicht alle verteilen nicht alle verteilen mensch hier wird alle mal schön hier auf eine haufe die ruhe heilen kann ich muss durch die monsoon hinter die welt und in der zeit bis kein regen mehr fällt gegen den sturm am abgrund entlang und wenn ich nicht mehr kann denke ich daran obwohl der albtraum der marionette ausgeträumt war verfolgte die braut die heldinnen noch immer ich hoffe es was hast du mit dem burggrafen angestellt ich habe und jetzt habe ich auch pläne für euch keine sorge du bist geil ich sehe dass du hierher kommen wirst aus einer laune des schicksals heraus bewachte die beschwörerin bundesburg st kur ja ich war die echt tot gewesen aber schon mal untergezahlt leute rei die die wahre realität leute nicht die alle wegsterben scheißbeschwöre mit ihren scheiß dingern ja hey hey ich hab da irgendwie hat das keine Wirkung gezeigt da wegen so blöden Barrikader ja lebe lebe ich helfe dir lasst es mal den medic hier der medic hat erwischt der medic hat erwischt ja wir liegen alle am Boden diese Dinge überrumpeln uns alle mal danke so ist hier belebt gucke hier so Heilung 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 nein steh auf ich hab noch fragen an dich hier nicht sterben Leute nicht sterben hey nicht sterben nicht sterben hier nicht sterben wo kommen wir hin mit mir jetzt alle wenn wir jetzt alle wegsterben lass das mal den Papa machen Papa macht das gut lass das mal dem Papa machen die Beschwörerin sie war doch tot oder nicht die Braut hat sie anscheinend wieder zum Leben erweckt tja jetzt ist sie wieder tot und die Braut auch sobald wir diese Tür einrennen ich hoffe es weg da Mädels mein Dynamit macht aus dieser Tür Kleinholz komm wirft den Dynamit komm komm wirft den Dynamit komm ja wirft den Dynamit Mensch ja wirft den Dynamit Mensch die jenseits des Urktors wurden die Heldinnen lediglich von Schatten begrüßt unaufkommender Furcht oh da seid ihr ja endlich mein Butler wird euch reinlassen haltet euch fern von dem Ding wenn ihr nicht gerade auf Schmerzen steht damit kennen sie sich ja am besten aus ne so warte mal wo ist die da ja am Kapitel schon mal eine gesehen wo es nicht spukt bleib konzentriert dieser Geist könnte jeden Moment zurück ja genau so immer schön am Leben bleiben mir stirbt heute keiner weg ja boah scheiße wir müssen zwar ein bisschen hier beeilen hab dich hab dich hab dich hab dich hab dich boah scheiße das Experiment so immer schon rein damit so ein paar auf Ruders werfen bitte sehr hmmm Jankenstein scheint nicht als einziger erfinderisch gewesen zu sein Frage ist sie mit dem Doktor verheiratet oder dem Monster das ist jetzt wirklich nicht wichtig sagst du also ich finde das ist schon wichtig Deckung, Deckung, Deckung. Rache. Wir müssen den Grafen finden. Schnell. Wieso haben wir mal? Haben wir nur diese Zeichen, wo man geguckt. Wieso dauert das so lange? Oh, scheiße. Das ist mega peinlich. Denn sorry, muss keiner sterben. Da ist jemand gekommen. Schieten! Irgendwer! Was ist der Burggraf? Beeilung! Im Tornshalm fanden die Heldinnen den Fürsten vor, der an einem Operationstisch gefesselt und den Launen von Schüttensteins Braut ausgeliefert war. So, jetzt fissten wir die Heldinnen aber auch nicht durch, ne? Boah, Hilfe! Sollten es die Heldinnen nicht schaffen, sie aufzuhalten? Ja, warte mal hier. Ja, scheinbar. Heilung für alle! 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 Ja! Heilung, Heilung! Mir stirbt keiner weg. Boah, hier sind ein paar Gegner. Hier! Heilung! Heilung! Zeit für Detektivarbeit! Da hast du mir noch einen guten Plan. Nein, wir haben jemanden, der mit verlassen hat. Wir haben uns verlassen, ähm... Damage-Dieler, okay, äh... So, so, Jun, wie Romer hieß, genau. Aber hey, der Magic ist noch da, also ich. Der Magic würde ich nicht in den Stich lassen, ne? Ah, scheiße! Stopp weg, bring auf weg, bring auf weg! Hier, hier, lebe! Du hilfst mir, ich helfe dir! Da oben bleiben wäre vielleicht ne gute Idee, dann kann ich alles überblicken. Hier! Toll, jetzt hab ich vorher nie, weil ich gagged worden bin. Ist ja, scheiße. Ah, Junkenstein wurde seine Rache beraut! Ich werde nicht denselben Fehler machen! Vergeltung führt nur zu Leid! Genau, das ist der Clan! Okay! So! Du bekommt alle was ab, ihr werdet alle geheilt, keine Sorge! Keine Sorge! Keine Sorge! Es kommt schon! Heilung! Weil sie es können! Ich glaube, daran liegt, dass sie nichts gemacht haben! Nach meiner Kristallkugel ist deine Zeit noch nicht gekommen! Ja, ja, heilung, heilung! Ich bin hier! Ah, scheiße! Ich brauche hier Hilfe! ja ich auch am besten hälfte mal die medic nicht immer wiederbelebt ja ja leute heilung 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 hier nein ja hilf mal die medic ach komm schon komm schon ey das darf nicht wahr sein ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen danke ich bin ja nur der medic ich bin ja nur der der euch wiederbelebt und so ne der euch heilt nicht sterben nicht sterben nicht sterben ja jetzt liege ich auch ja ich glaube weil es immer gut scheiße Hilfe ja danke für das nicht helfen ja ich hätte mal ja heilung 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 genau und schön drauf halten schön drauf halten auch scheiße das ist mega Mist ich kann mal ein bisschen Hilfe brauchen danke erst machen wir deine pläne zunichte und dann dich das klingt gut ja heilung und auf die braut komm schon ich mach keinen schaden ich bin wirklich nur als heiler da das war mir jetzt ein paar zu viele das ist hart das ist hart so ich hab noch fragen an dich ja heilung so so ich hab sie erwischt die drucken steins braut erhalte das gleiche schicksal wie ihr schöpfer ein tod durch die hände vier mutiger heldinnen der burggraf war gerettet und in adlers brunnen kehrte wieder ruhe ein für den moment ja ich bin der medic nicht der kämpfer im team ist was ich meine ja ja es ist der teil aber ich finde es trotzdem gut dass wir das geschafft haben auch wenn halt eine pflaume gerettet hat aber wir haben es trotzdem bekommen ist doch super warte mal es gab ja noch jankensteins rache wo du halten und character wo du heute selber dann irgendeinen anderen character von obertsch ausrufen kannst beispiel solcher der hat nicht warte mal ich glaube solcher kommt schon vor jedenfalls konntest du halt eine andere charaktere nehmen die so in der story hat nicht vor kam ich hoffe natürlich dass es bei dem ja auch so ist warnung enthält schreckmomente der gute stadt mal auch bei der story gehabt weil das ganze viel schwerer werden aber schön dass extra so gewarnt werden dass das schreckmomente gibt ja es wahrscheinlich dass er die leute greats kredit hatten das war ja furchtbar warte mal warte mal battle pass und war was haben wir schönes bekommen naja können wir leider nicht nehmen weil genau natürlich den premium pass nicht haben aber ich sag mal so ja der neue skin mit der gesetzlosen sieht nicht verkehrt aus und der gesetzlose ach jetzt erkenne ich das ich hab das da echt nicht ich hab das wirklich nicht wahrnehmen können ich hab das ich hab das echt nicht gesehen mit dem ganzen schwarz weiß da habe ich das echt nicht gesehen dass das wirklich so an green arrow angelegt ist beziehungsweise an robin hood ja ich finde natürlich mit rotkäppchen noch ein ticken besser die warte da doch das war moment hexenmeisterin doch so sahen wir aus so sahen wir aus wo wir da das gespielt hatten doch und er ist einfach was neu ist cool hey cool bobberten schimmring hier wird noch irgendwo rotkäppchen hier da rotkäppchen ist unverkehrt aus hier das hätte ich gern für schrotkäppchen das wäre so ein cooles ding so lieben ja dann würde ich mal hoffen euch hat das video müssen gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn wir eventuell mit jankensteins rache spielen werden bis dahin würde ich sagen passt euch auf macht's gut meine freunde ciao